Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose von der ersten Runde des DFB-Pokals. Wir spielen 1860 München gegen die TSG Hoffenheim und mit Kevin Korani zu Gast in München ist doch Robert. Hallöchen. Hallo. So, ach Korani, kannst du ja noch nicht spielen lassen. Nein. Das bringt mich auch sofort zu der Begründung, warum das so ist. Und zwar liegt das an der Tatsache, dass wir derzeit noch mit FIFA 15 spielen. Das bedeutet, dass wir natürlich dann immer noch die alten Kader haben und entsprechend auch mit denen noch zurechtkommen müssen. Das ist halt noch nicht September. Was? Ihr habt euch nicht die Mühe gemacht, die Spieler alle zu tauschen? Oh mein Gott. Ah, gute Anregung, Klein Timmy. Nein, haben wir nicht. Schade. Warum fällst du hin? Du warst doch doch. Übrigens, Kevin Korani, weil wir ja so einen hohen Zuspruch in unseren Videos haben, ne? Ja. Kevin Korani sucht den Halter des Kennzeichens S für Stuttgart. KK. KV. Ne, KK. KK, ja. KK 22. Oder 2222. Richtig. Er kann sich gerne bei uns melden. Ja. Nicht bei Kevin Korani melden, bei uns melden. Auf keinen Fall. Du tust dir keinen Gefallen, wenn du dich bei Kevin Korani meldest. Das wird eine zähe Verhandlung. Außerdem lädt er dich nur zu einem Spiel von TSG Hoffenheim ein, dass er auch langsinnert. Das will ja keiner freiwillig gucken. Von uns kriegst du 100 Euro. So. So, das. So sieht's aus. Entweder fährst du auf eigene Kosten nach Sinsheim, weißt du, und guckst dir ein Spiel an, wo die Karte nicht mehr wert ist als 13 Euro, oder du kassierst einfach 100 Euro, die du frei verpassen kannst. Ein Huni auf die Kralle. Ein Huni auf die Kralle. Win-Win. Was machen die? Naja. Win-Win. Win-Win. Also das ist... Wir haben das Nummernschild und du hast 100 Euro. Richtig. Besser geht's auch gar nicht. Und du ersparst dir für einen... Der hat ja jetzt einen russischen Akzent. Der war ja so lange in Russland. Jetzt ist er ein dispelnder Russe. Ja. Macht's auch nicht besser. Nee. Kann man russisch überhaupt dispeln? Muss drauf, ja. Das ist doch sehr eine sehr harte Sprache. Ich glaube, dass Kevin Quarani eine Zeit lang sehr harte war als er dort war. Ich glaube, jeder, der dort spielt, ist eine Zeit lang sehr harte. Russisches Frühstück und so. Ging's jetzt schon an, auf Zeit zu spielen, ja? Das ist ein Schrott. Ich hab's sogar einen Ball gegeben. Alter, wer ist das? Modest. Der ist ja übelst langsam. Na, ich glaub, der muss in der Halbzeit gehen. Was hast du da für ein Wundersturm? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich lese nur Kotze. Das ist nicht Kevin Kotzke. Kevin Kotzke spielt in der Dritte Liga. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob der Kevin ist. Nein, der ist nein, der Kevin. Kotzke. Wenn er aussieht wie ein Kevin, dann heißt er Kevin. Schönes Ding. Hab ich sicher. Haha. Ja, ich sag doch. Die Zeit ist dein Freund. Ups, falsche Richtung. Lass mich durch. Was? Tja, kein Problem. Ich bleib extra stehen. Eben hast du mich gewinnen lassen. Das mach ich nur aus Sympathien zu Herrn Weigl. So. Der glaub ich nicht mehr spielt, oder? Aber hast du nicht auch Sympathie für Kevin Volland? Ich hätte ihn gerne bei uns gehabt, ja. Ich mein, da wir ja eh so einen chronischen Stürmermangel haben. So einer... Wobei sie den hätten wahrscheinlich auch nur rechts außen spielen lassen. Und hätten dann Kuba und Shakiri wieder verkaufen können müssen. Mh, unschön. Mh, unschön. Alter, hä? Wie eine Katzelle, wenn der da durch ist. Ja, mit dem Knie geklärt. So. Schauen wir mal hier. Wer macht's? Er macht's. Was jetzt? Halbzeit. Alles klar. Naja, bis hierhin. Ja, das ist unsere erste Überraschung. Ach, ich wollte doch wechseln. Wo ein Bundesligist draus fliegt. Sehr gut. Das ist ex... Boah, was war denn da? Ex... Exakt der Punkt, wo ich den Ball hinwerfen wollte. Ne, ja, 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 einfach drauf verzichten. Einfach drauf verzichten. Das ist gut. Ich muss den Regen langen lassen. Oh, Beck. Halbino Beck. Ne. Ach, mein. Der Karsten Baumann. Da sucht es mir so ein bisschen um die Freiburger leid. Erst müssen sie Karsten Baumann weggeben, holen sie sich ersetzen Birky. Oh. Ja, das ist am Spätart. Das bürgen die aufweg. Ha, ah, über die Flügel. Da soll jetzt mehr kommen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Oh, das könnte gefährlich werden. Oh, das könnte gefährlich werden. Unnötig. Warum kriege ich den Spieler nicht, der ursprünglich auf diesem Kreuz stand, wo dabei gelandet wird? Rudi. Firmin Schwiegler. Auf der Außenbahn holt das Spiel zurück. Auf der Außenbahn holt das Spiel zurück. Einwurf jetzt. Da. Hast du. Ich muss jetzt hier mal... Ich muss nachkorrigieren. So geht's nicht. So nicht, mein Freund. So nicht. So. Tja, jetzt bin ich mal gespannt, was du bringst. Ich kenne die doch nicht, diese Kackpratzen, die hier spielen. Das macht unsere FIFA 15-Spieltagsprognose nun noch professioneller. Wenn wir sagen, ich kenne diese Kackpratzen in dieser Mannschaft. Aber bis hierhin guckt doch eh keiner. Jetzt sehe ich schon den ersten Kommentar. Doch, ich. Ich bin auf meinem Fall. Einer von zwei. Der kleine Timmy hat bis hierhin geguckt. Ich nehme übrigens einen Ex-Dop-Munter runter vom Feld. Ja. Und einen Dortmunter auch. Also ich wechsle zwei Dortmunter aus. Du sagst, das Ding ist schon nach Hause gebracht. So was von falsch. Alter. Ich war kurz erregt. Ah, schon wieder. Das klärt weg. Ah, 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 ah. Ich hab nichts aufweilen lassen. Oh, oh, oh. Na, Beck hat das doch geklärt. Pass doch. Albino-Begger zugeschlagen. Wie heißt der mit vorne am Christian? Nee, wie heißt er? Elfric. Elfric Beck. Elfric Beck. Ich weiß es nicht. Ich kann meinen Witz oder meinen Spruch gar nicht bringen. Wenn ich vor allem nicht weiß. Wie ist der denn? Sebastian? Sebastian Beck. Roni. Roni passt immer. Ansonsten Kevin. Kevin. Kevin Beck. Kevin ist back. Nein, nein, schieß. Nein, schieß aufs Tor. Ah, den hab ich sogar geheilt. Ist da nicht. Da, siehste. Warum schießt er denn diesen Eckball, dem Torwart, genau in die Arme? Hm, hab ich. Uwe, Aga. Hab ich noch. Komm, Junge. Das ist doch für unsere FIFA-Zuschauer überhaupt nicht interessant, wenn du den Ball eben in Hand hängst. Außer vielleicht für die 1860er, die sagen, du musst den Ball halten. Na. Der konnte passen, der halte, aber noch heiß. Das ist doch nicht auch heiß. Komm, ich wollte sogar bis du aufstehst. Komm. Komm. Ja, das machst du kurz. Oh, der schwerer Letzby. Die hab ich doch gerade erst eingewechselt. Und. Hab ich keinen mehr. Es war jetzt nicht schön, wie du auch den Christian von... Kevin. Kevin. Ja, Kevin. Ach, die können alle nicht mehr, das ist zum Kotzen. So. So eine Truppe, ihr seid so recht ausgeschieden. So, kurzes Statement. Ja, und 1860 hat diese Sensation geschafft. Ja. Mit ihrem neuen Trainer auf Felix Magath. Echt? Ne. Also noch nicht. Aber eventuell. Es gibt ja mittlerweile eine Online-Petition, die ich auf Facebook schon gesehen hab. Wir wollen Felix Magath, nicht in München. Ne, wir wollen Felix Magath. Ach so. Ne. Nachher. So kann man sich auch an einem breit zerbrochenen Strohhalm festhangeln. Ist richtig. Gut, dann sag ich mal, ja, herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen im Vorwort. Gerne. Wie du schon in deinem Präsidium festgehalten hast, die TSG ist völlig zu Recht ausgeschieden. Ja. Und 1860 damit Wunder, Wunder weiter. So, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns jetzt bei den, warte mal, das war zumindest Sonntagsspielen. Ne, ne, Sonntag haben wir doch nichts. Sonntag geht doch nichts. Ne, dann war's Montag. Dann sehen wir uns bei den Montagsspielen wieder. Bis dahin. Tschüssikowski. Tschüssikowski.